irgendwann verrecke ich innerlich einfach nur weil die kacke nicht funktioniert es ist kaki moin und was geht willkommen ist das fixed sollte so so gut gut moin Leute Mario Maker es ist das beste Spiel was ich je gesehen habe bloß zwei Milliarden folgen ganz ganz normale Sachen dritte meiner Lebenszeit habe ich hier verbracht ich hätte nicht gedacht im Leben dass ich irgendwann mal Mario Maker auf Tisch stüme das ist so es ist einfach nur weird egal egal einfach sofort rein ich brauche Ablenkung wenn man einmal denkt es funktioniert dann explodiert das ganze Universum es ist literally wirklich so und ich weiß halt nicht warum by the way morgen Niki morgen Raphael Raphael du musst dir immer noch einen Account machen lol ach so schwierig ist ja nicht geil so normal ey ich liebe auch das GIF oben es ist einfach nur es ist einfach nur alter ich sag mal wait wait ich muss dafür ich könnte aber auch ah ich mach Technologie äh hätte ich vorher machen sollen so so schön Niki hätte ich nicht gedacht hätte ich nicht gedacht aber meine Tags sind gut also das äh beschreibt mich sehr sehr gut finde ich wirklich so gibt es leider keine zu sehen aber egal alter Niki hat wieder seine Beine ersetzt oh Gott sofort so ein Level entweder wird es sehr sehr schlimm oder es wird sehr sehr ange genehm wer weiß es sieht aus wie Spam aber nicht der schlimmste Spam ich hab Hoffnung ich geh einfach mal weiter mal gucken was hier ist mit der Vogt alter da war ein Fisch ok Akku ist hier let's go let's go das Level war wenigstens schaffbar mehr kann ich dazu nicht sagen das ist das ist die Bewertung schaffbar und da geht die Windstück wieder los Digga literally ein ein Level einfach nur weil das so richtige Trash Kacke ist alter je schlechter das Level desto besser bin ich ich fühl mich im Müll zu Hause aber alter das sieht aus wie ein echtes Level so alter zwei Wege einfach da ist irgendwer in der Biene gestorben Bienen sind gefährlich Anzeige aber als ob ich fuck kacke als ob ich die Bewertung bekommen hatte yo Shashi alter Shashi das Level ist gar nicht so scheiße ich bin bloß scheiße wow Legenden Mario bist du tot ist im Ziel wenn das Ziel ist über mir oder gab mir noch eine Röhre keine Ahnung Niji hat gewonnen oh nein der Albtraum ist wahr geworden wait 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 Perfekt nicht egal Leechi yes 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 Leech 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 hatten oder was so richtig random ich muss echt den Chat mal fixen weil ich hab literally von der DS-Szene einfach so deswegen fängt der Chat auch nicht ganz unten an lol er war beide tot ey ist meiner Junge achso da war ein Noshi egal wie ist das überhaupt das Bowsay Start Level bloß anders ich kenn das auswendig ich weiß wie das ist ok einfach nur ok oh mein Gott der ist tot ich hab das da nicht rein das Laufband war nicht lang genug RIP-R RIP-Todius ich müsste man müsste mal so ein Challenge Lippe machen das ist so du hast so einen Weg da musst du so so Speedrun und hast du den unteren Weg da ist einfach ne Laufband zum Ziel ein nee 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 zwei Wege die Stelle ist immer noch so gut gewesen fuck der Stein Eichenwald ist der nee wie war's pass auf dass du dich nicht verläufst der Stein Eichenwald ist der und hat einen Weg anzeige FBI wow wow niki ist da ich bin ich bin immer fast im Ziel aber nur fast das ist so die Sache also entweder bist du drin oder nicht kann nur einer gewinnen ich möchte mal so Mario haben die Mario Maker bloß hast du irgendwie 100 Spiele auf einem äh hier in einem Level das wäre so chaotisch alter da meins meins ich hab die Ausrüstung ich hatte die Ausrüstung komm her Junge Mord du Kek deine Mutter ist fett fuck 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 ah schon wieder ich bin stupid weil ich ich glaube ich glaube nochmal zurück komm komm oh Digga diese Scheiße zurück auf was ich sehr genut das war knapp das war tot du fetter Ficker krieg ich auch rein ah ja cool 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 ja luft äh unterstützung was Sniper unterstützung passt eher wo ist der überhaupt hin ah nach oben wahrscheinlich wir können verhandeln ah fuck krasse Level erinnert mich an den Andy einfach so durchlaufen und durchlaufen und durchlaufen das ist so das größte Problem mit diesem Game einfach ein Level bauen was nicht leicht ist aber auch nicht wirklich schwer ist das hast du bloß so so wir kennen Leute wie Raphael das ganze Level wegknacksen und du hast einfach die Noobs du hast mich und ich sterbe einfach so vom ersten Checkpoint 5000 Mal und spiel das Level nicht wie lange wir dafür brauchen Alter ich werfe durch Speed ich bin da Digga das ist einfach fast ohne gewesen hier war doch irgendwas ne nichts für mich kein Item ich wollte hier nicht rein als ob hier Secret Traum ist los Junge so knapp Alter so knapp so knapp fast mein Ende gewesen Mann aber jetzt sind wir eigentlich okay ja immer zwei Sekunden wie meinen Stuhlgeräusche das Level sieht sogar auch ganz gut aus das ist impressive bin ich ehrlich kennt man gar nicht das war's mit Mari oh Digga lauf doch richtig ich hab immer noch den Block nicht getroffen ich hab im Ende immer noch nicht getroffen ah fuck hat sich gar nicht gelohnt und danke Secret Secret was haben wir hier die Rainbow Area der Typ kommt um meine Mutter zu fisten machen wir One Ups hier ist nichts ist wieder ein Boy hat sich gelohnt hat sich richtig gelohnt Alter easy GG lol ich stehe halt legit immer vor das Ziel ey manchmal bist du auch im Ziel auch zu spät das ist ein gutes Level denke ich interessant mal gucken ob der Creator recht hat oh nein das sieht aus wie Horror meine Mutter brennt was ach wir haben wenigstens Item da oben ist ne Box ist hier irgendwo was versteckt ist ach ne das ist ne Box wenn wir mit Schlüssel äh ne Box äh am Ende ne Box finden die Titel ist einfach zurück wahrscheinlich wow ich hab grad Mario umgebracht wie brav er alter und so ist gewinnig dann schieß niggi schieß krasses Level also Boom Boom Fight war schön als ich Mario in den Abgrund geworfen hab fand ich auch schön ähm Mord kann ich jetzt nicht sagen einfach nur Mord Johanna das sieht sogar aus der Seite dass es jemand versucht Mühe zu geben hier für der Design yo Blume leider kein Stick wird hier oben interessant StarCoin das sieht mal aus wie ein Level was gut ist aber das ist ein gutes Level literally Aua das das könnte von Nintendo sein bin ich ehrlich gutes Level unfassbar wie kann man sowas heutzutage noch bauen Johanna kann was ist so ätheldeck land klassisch technik was haben wir hier wow entlevel design be like ne röhre jo wunna pu wunna pu ich bin tot ok jetzt weiß ich das ich gehe hier rein let's go oh oh wait wieso ist die Münze weg oh ne ne der 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 schmissen wird ich hab gedacht er hat die Münze weg geschmissen ne ne ist keiner da komm komm alter oja kacke hab's nicht nach da oben geschafft egal egal war hier schon jemand oh gott mord nein rette mich ah fuck nice ja ligi mal kommt es hier wow nice level war nicht schlecht small tot s plus alter ich hab mich gefreut als ich mal b erreicht habe 50 euro müssen wir sammeln ok ok mal gucken wo die 50 euro sind da kennst du nicht die 50 euro Münzen alter ins haus ah es versus level 10 sekunden ok ok man kann sagen fuck 12 sekunden meines lebens verschwendet fuck komm junge bruder dankeschön ich hab's endlich durch geschafft ok gut yo speed 1 so für eine sekunde war es gut keine ahnung wie diese junge überhaupt möglich sein sollen wow unendlicher speed also 20 sekunden insgesamt man hätte das level um 20 sekunden kürzen können es geht um die effizienz um die lebenszeit die man einfach nur verbringt mit nichts ich werde das auf bullet billen mountain alter eine für die Berch Fuck off Koks Wow Wow Das war so ein guter Move Alter heiliger Ach nur weil ich auf dem anderen bin Okay Yo Feuerblumers go Shit Gründen Mord wird durchgeführt Lass mich raus Als ob der mich noch rittet Ich hab gedacht ich sterb jetzt da ran What the fuck am da von Himmel Es gab ja irgendwo ein Checkpoint Das hab ich gehört Was Wieso ist er so hochgesprungen Kacke Oh nein Sprichst du Dankeschön Ich drück kurz A Er macht lang A Ich A A Mord 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 Gigi 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 wenn die frozen spike haus da ist ein bisschen heiß für rohan alter okay guter move bei der guter move appreciate ich ganz entspannt tot ist eine legende bitte lassen sie mich dankeschön kacke großer haufen an koks rippblume das einzige wichtige mein leben bitte gehen sie runter dankeschön holy was ist denn das hier mord wie soll ich das schaffen warum kommt nicht mein item vorher wotterfuck wotterfuck hat tot noch den checkpoint erreicht kein item für buskampf und die wohnen ab digga deine mutter nimmt nur ab was wie woran ich stand da unter dem ding auf einmal wurde ich getroffen so fünf sekunden später was gg 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 schi 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 Was macht er hier? Oh, Intelligenz-Bestie. Dicker, was ist das für eine Kacke? Das Level ist literally nicht schaffbar. What the f**k? Es ist nicht möglich dieses Level zu spielen. Aufspringen, wollt ihr hier rüber boosten? Die Reihe ist halt nicht durchgezogen, geht zu Bord, ist ja echt nichts, ich geh euch umbringen. Steffi ist nicht machbar. Es ist so ein Haufen, Alter, wieso? Ja, aber wie hoch willst du kommen, Alter? Haben wir das Spiel zerstört? Nein. Was? Hä? Da waren grad... Da waren grad keiner. Hä? 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 Da war halt einfach keiner. So was? Was? Ich und Niki haben MM20 Start. Raphael, absolut Legende. Raphael, absolut Legende. Niki auch, Alter. MarcASTito? Warum zwei zur... Warum zwei zur... war offline genommen? Let's go, let's go. Tschüss. Ich glaube, das lag daran, weil Raphael auf Neustart war und als du gelieft bist, hat er sich gleichzeitig auch aufgeben gemacht und das Game einfach so, hm? Hat er versucht, neu zu starten, aber es war keiner da. Aber das Game vielleicht gedacht, Verbindungsabbruch und dann hat er sich gedacht, ah fuck, der Typ ist disconnected, hat neu gestartet, aber hat gar nicht gemerkt, dass er überhaupt kein Typ ist. Und hat er erst gemerkt, ach shit, alle haben ja aufgegeben, aber weg, raus aus dem Level. LOL Ist bei denen noch der Effekt drauf? Hm, muss ich wieder nachgucken. Geld, Geld, 50 Euro. What the fuck war das? Was haben die genau, Junge? Haben gedacht, Meth-Dealer ist da und sind einfach los. Digga, die heben ab. Die werden von nichts vom Boden gehalten. Absoluter Kekse. Absoluter Kekse. Absoluter Kekse. Versus VPM? What? Soll das überhaupt von der Abkürzung sein? Das Level hätte jetzt starten können, aber kommt noch zu einem Bumms. Niki, du hast was vergessen. Du hast was vergessen, Niki. 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 Wieso bin ich am Weitesten vorne? Seid ihr auf Mev? Niki. 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 Ich war grad erster teilweise, wie das? War das möglich? Oh Gott, braucht der lange. Junge Yoshi, Respekt. Bock aus, Alter, der Skill braucht... Und dann geht, dann geht, dann geht. Wait, wait. Handy, wo bist du? Wo bist du? Hier ist mein Handy. So, ich drück jetzt auf die Nummer 187. Ja, 187. Cool. Mit meinem Account bitte anmelden, danke. So, ich mach jetzt Sachen, ich mach jetzt Sachen. Es ist ein Fehler aufgedreht. Ich hasse meine Browser Extensions. Okay, Chrome. Gut. Nightboard. Ja. Login. YouTube. Ja. Ja, möchte ich. Ja. Cool. Top-Shelter Niki. Top-Command-Title. Kann ich den nicht auch gleichzeitig noch zu Twitch hinzufügen? Auch das ist doch behindert. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Wie habe ich es geschafft, im 21. Juni minus zwei Messages im Chat zu bekommen? Wie ist das möglich? Im welchen Universum? Okay, kommt auf die Kacke. So. Wieso funktioniert Nightbot nicht auf YouTube und Twitch gleichzeitig? Wäre doch gut, wenn der Bot meine Plattform unterstützt, oder nicht? Alter Pilsch. Drogus, Ananogus. Was haben wir hier? Eichel. Oh. Ah, fuck. Fucku, fucku. Ein Chessie. Nice, nice. Nice. Was haben wir hier? Nein, ich bin stupider. Ich bin drogensüchtig, was? Ihr bitte. Dankeschön. Danke. 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 Ligi. Ligi, Junge. Ich würde schon, wie Mario gestorben ist. Alter. Das war so... Ich hab mir so gedacht, so... Oh, ich wurde eingeholt. Oh, ne, doch nicht. Und dann kam die Gieren. Mayo toto. Mayonnaise. Mayonnaise. Wait, wait. Ich muss die eine Sache nachgucken. Zack. Boom. Filter. Da ist. Ah. Ist es so besser? Oder so? Bin ich auf den? Ne, aber die sieht es wieder aus. Ah. Orgel. Du, Kik. Wiese, bist du tot? Nice try. Das ist absolut ekelhaft. We'll talk. Ah, hast du wieder geschaut? Ah, fuck. Ist es da auch ein Checkpoint? Dankeschön, Niki. Dankeschön. Dankeschön. Digga. Digga. Der macht echt diesen, Alter. Der macht so einen Blocköffnung, so wo keiner im Leben reinkommt. Oder geht der ins Gesterben. Alter. 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 Er hat. Na, warte. Ein bisschen Kondition. Wir hätten es ja nicht mal Ziel geschafft. Wir hätten es vielleicht in die Lücke geschafft in der Zeit. Wir hätten wirklich sterben müssen. Du denkst auch, wir könnten die Zeit anhalten. Ich wollte euch gerade sagen, Binane. Wieso Binane? Well, fuck me, I guess. Haben wir die Bienen. Was? Goody. 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 Ich hab nur durch Mord noch gewonnen. Null durch Mord. Sohn, es tut mir so leid. Du wolltest mich überholen. Das geht nicht. Das ist illegal. Wer hat denn eine coole Idee? Aber war ein bisschen kurz. Aber es war nicht langweilig. Weil die Idee funktioniert halt nicht über tausend Jahre. Man braucht irgendwie was Neues, theoretisch. Wenn mir das Level nicht langweilig wird. War eine gute Idee, das früh zu bannen. Damit man denkt, oh, coole Idee. Ich bin hier oben drauf. Wow. 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 Hammerbruder in meinen Arsch. Dodge Master. So viel dazu. Mord. Mord. Fuck. Niki ist im Ziel. Pablo auch. Okay. Mann. Dieser fette Goomba, Alter. Der scheiß Haufen. Dieser fucking Haufen, Mann. Der ist richtig Schneische. Imagine Mario in real life. Du siehst da so einen Haufen Scheiße. Du läufst dagegen bis tot. Es ist doch lütend für dich so, oder? Du siehst tausend Jahre alte Schildkröte. Und bockst dich mit, ja. Das ist ja so. Du wirst gezielt einen Dinosaurier. Und benutzt ihn einfach. Um über Abgründe zu springen. Digga. Ich schaffe das Töschi überhaupt zu fliegen, Alter. Was hat der vorbei da, Junge? Der muss gekauft als die ganze Menschheit. Der muss doch irgendwie deine Mutter erschischen können. Betrug. Anzeige. Als ob ich da drüben bin. ich nehme mädwurst original aus deutschland matt kloß ist das ein matt kloß alter ist einfach ein kloß master mette rein ganz normale sachen ganz normale sachen bin ich ehrlich bin ich ehrlich könnte ich mir ganz cool vorstellen ist mein ehemaliger name wie ich den pilz einfach weggeschießt habe rip tot es tut mir leid josua ein josua das ei alter afak mein sohn der tod hat genug gelitten das tod in ruhe internet deutschland dort sieht es echt wie die hölle aus bin ich ehrlich okay 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 okay